Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es noch an das allerletzte Turnier der Saison. Und zwar gehen wir so aus Trainingszwecken, wo es halt weniger nahe ist. Noch in zwei Prüfungen BR90, zumindest von mir, das ist schon 5 Minuten von uns. Und dann haben wir gesagt, ja, gehen wir mal wieder an den Herbst-Concours. Ja, es schneit. Und der Concur findet ja das statt, wegen Corona. Mal schauen, wie das wird. Also, da lassen wir auf jeden Fall sehr gute Laune diese Woche. Also, es könnte ein sehr lustiges Video werden. Bleibt unbedingt dran. Und viel Spass mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020